So, jetzt habe ich ca. 2,5 Stunden Arbeit hinter mir, habe den Rekingsplan, Ernährungsplan gemacht, Forenarbeit, Facebook, YouTube, Team Andro ein bisschen was gemacht, immer so die Kleinigkeiten, so viel wie möglich ist, muss immer meine To-Do-Liste im Auge behalten, dass sie nicht überschwappt vor lauter Social Network, ich für meine Sachen letztendlich keine Zeit mehr habe, deswegen auch bitte ich um Verständnis, wenn ich hier keine DIN-A4-Seiten Antworten schreiben kann für die eine oder andere Frage. Wer regelmäßig in meinem Kanal reinschaut, der hat eigentlich schon die meisten Fragen beantwortet und ich habe jetzt vor, hier eine halbe Stunde auf meinem Ergometer zu sitzen, habe eine halbe Stunde Intervalltraining vor mir, eine Minute Watt circa, nicht circa, sondern genau, habe ich selbst editiert, 170 Watt und eine Minute Watt 230 Watt im Wechsel, da habe ich so einen Durchschnittspuls von 100, 142, 143 Watt, ganze halbe Stunde. Somit muss ich mir meine nächste Zwischenmahlzeit verdienen und schauen, dass ich die Form in den Griff kriege. Wie ihr sehen könnt, sieht das glaube ich schon ganz gut aus, die ganze Geschichte. Bin momentan bei 86,5 Kilo, so die 7%, knapp unter 7% Körperfett letztes Mal gemessen und ich denke, das kann man sehen lassen. Schaut ganz passabel aus, aber jetzt sorgen wir nur für die halbe Stunde Cardio, dass es noch besser wird. Bis später zur Zwischenmahlzeit. 3 4 5 Vielen Dank.